Da war da ein Leck. So, jetzt gucken wir mal, woher das Holz ist. Nichts jetzt mal hier ist kein Holz mehr. Außer da drüben. So, jetzt müssen wir, muss ich mich vorsichtig, ach, sagt er, vorsichtig hier Land bauen. So, alles abholzen. Und einfach jetzt runter. Autsch, sagt er vorsichtig, nicht auf die Raviator hat. So, jetzt muss ich das. 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 So, jetzt greibe ich mich mal kurz hier runter, sammeln die ganzen Wurzeln auf, die hier sind, so, Spitzager war ich auch dabei, das heißt also ich kann mich jetzt hier hoch bauen. So, das schon mal? Und wie ist der Teufels und Wurzeln im Vergleich, ich nenne, haben wir den Potter gleich neben einer Höhle. Und neben ein Labyrinth. Oh, nicht schlecht, Höhle, Labyrinth, dann erkunden wir mal, das Labyrinth. Die Spawner sollten wir lieber abbauen, aus Sicherheitsgründen. So, tack, tack. Das nehmen wir mit, alles? Kann man alles gebrauchen. Sie kriegen uns die Hunde an, ey. Abbauen. Hat wieder einen kleinen Lack, so. Mal einen Diamanten, so. Also hier wäre ich gut ausgestattet. Und weg mit den Spawner. Guck mal alles nicht. Gucken wir mal nach, ob hier noch was ist. Sicherheit. Nein. Ich muss sagen, wir werden jetzt gut ausgestattet, bevor wir überhaupt richtig anfangen konnten. So, gucken, 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 gucken. Oh, noch ein Spawner. Weg mit dem. Weg mit dem. Toc. 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 Natürlich bauen wir das hier auch ab. So. Gucken, gucken, gucken. Immer um die Ecken gucken. Wo leer ist, da wisst ihr, da waren wir schon. Mal kurz Kreativmodus anmachen. Um zu gucken. Um zu gucken, wo wir noch nicht waren. Aber wie es aussieht, haben wir in jedem Gang. Toc. 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 holds. Toc. 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 Aber hey, ich wollte nur mal sehen, wo es lang geht. Und wo der verdammte Portal jetzt ist. So, Kreativmodus wieder aus. Fichtenholzbretter, nee. So, machen wir den hier klein. So. Naja, ich habe einen Timbermod drin. Deshalb. Nur die normalen Bäume fallen. Twilight-Bäume, wenn nicht... Mist, kein Platz mehr. Ich suche mir hier jetzt einen schönen Baum, wo ich einziehen kann. Wie so einen großen da zum Beispiel. Aber der muss ganz in der Nähe vom Portal bleiben. Dann wäre der hier am besten. Hm. Ich hoffe mal, dass er in den Hohl ist. Und wie der Hohl ist. Tschüss. Die größeren noch am besten. Wie der da zum Beispiel. Und da haben wir kleine Gummipäer. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo kann man am besten hin. So, da hin, da hin und einmal hier hin. Wollen wir mal gucken. Perfekt. Wie. So hätte es sehr lange gedauert. Ach nee. Uuuuuh. Ja, was? Aufdrückt im Portal. Wollen wir direkt da nöte, ey. Finde ich viel einfacher. So, normaler Portal. Da, gleich hier. Da. Wollen wir hier in den Haus hin? Wollen wir die Truhe? Da. Dann stellen wir erstmal hier die Truhen hin. Packen wir hier ein paar Sachen rein, die man erstmal nicht braucht. Dann brauche ich immer Holz auch. Jo, das war's. Hier kommt ein fetter Holzboden rein. Das deutsche Arche. Das deutsche Arche. Dann machen wir mal mit dem hier. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Vier. Das war einer zu vier. Ja. Ja. Hm. Ja. Und wie es in Twilight Forest weitergeht. werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Also bis zum nächsten Mal bei Let's Play Minecraft.